Rassanz, Präzision, Begeisterung, Reitbiathlon made in Hagen, ein rasanter Auftakt für die Gala-Show mit Wiener Charme. Und dann die Kraftpakete, Winterspaß, Vollspeed und Eleganz, das ganze Programm. Miro Rengel, Schüler der Voltigierlegende Kai Vorberg mit dessen weltmeisterlicher Mozart-Kür. Weltklasse in Weiß, die spanische Hofreitschule aus Wien, spektakulär die Lipizaner, die hohe Schule in Perfektion. Und dann mächtig hoch das Barriere-Springen, der richtige Mix für einen ganz besonderen Abend. 5000 begeisterte Zuschauer gehen walzerbeschwingt nach Hause.